Heute probiere ich es ohne Sachschäden wieder abzureißen und zu wissen und zu blättern die Kernprobe mit dem Nerdquiz-Kalender, der an diesem Sonntag, dem 15. März, diese Frage hat. Welche Seriennummer hat Arnold Schwarzeneggers Charakter in Terminator? Jo, das werde ich jetzt mit Gewissheit beantworten und hoffentlich nicht mich blamieren mit der T-800. Müsste es doch sein, oder? Das ist der T-800. Sehr gut, aber ich werde auch mal Zeit, dass ich den wieder mal anschaue. Ja, jetzt bin ich mal wieder auf einem Mini-Streak. Ich freue mich. Schauen wir mal, ob es zum Wochenanfang wieder so weitergeht.